Präsident, Kollaboration in verschiedenen Sektoren, in speziell Formation, Instruktion, Mobilität auch von Studenten, der drei Regionen. Wir möchten dort Erfahrungen sammeln und das ausweiten. Die ersten Schritte, die wir jetzt gemacht haben, war einmal, dass wir die notwendigen Schritte der Organisation gemacht haben. Wir haben einen Generalsekretär, der aus meiner Heimat aus Kärnten stammt. Wir werden jetzt sehr rasch auch ein trilaterales Regierungstreffen einladen, wo wir die wichtigsten Punkte von den Assessores besprechen werden. Das sind vor allem Kultur, Wirtschaft, das ist der Bereich des Zivilschutzes, das ist der Bereich des Tourismus, wo wir grenzüberschreitende Zusammenarbeit forzieren. Sì, oggi ci siamo mossi in senso operativo, peraltro è stato eletto un segretario generale, appunto Carinziano, und wir haben, aber auch trilaterale Gespräche, weil wir uns in den Sektoren der Kultur, des Tourismus und auch der Bevölkerung des Zivilschutzes. Das sind die Regionen die Grundlage der Europäischen Union, das ist für Sie die Basis, die Europäische Intervention? Ich gebe Ihnen völlig recht, daher ist es wichtig neben der Internationalität die Interregionalität zu betonen. Die Zukunft Europas liegt in den Regionen, wichtig ist es, dass es die Politik schafft, dass wir von politischer Ebene direkt zu den Menschen kommen. Daher sind Projekte wichtig, welche die Menschen ihre Anliegen mit einbeziehen. Sì, c'è l'internationalität, c'è anche l'interregionalität. E la politica è qui oggi per accogliere le esigenze delle popolazioni e per farsi carico di cuore di queste esigenze. Ich möchte ein Beispiel dazu geben. Wir haben großartige Kultur in Venedig, in Triest, in Klagenfurt sind Theater, die den Menschen angeboten werden. Mir schweb fort, dass wir ein erstes, trilaterales Kultur, Theater, Abonnement erstellen, um unsere Bevölkerung auch die Vorteile des Genießens, des Vermittels von Kultur zu ermöglichen. Ad esempio, la cultura delle nostre regioni è una cultura grandiosa. Ricordo che ognuna delle nostre regioni, Trieste, quindi Venezia e Klagenfurt, sono foto di una grande storia teatrale che oggi vogliamo sottolineare e offrire alle relative popolazioni attraverso un'azione trilaterale. Grazie.